In der letzten Folge haben wir uns gefragt, wie viele Verwendungen von round als Verben getaggt sind oder als Substantiv und so weiter. Man könnte für jede dieser Klassen also so eine Klammer formulieren und dann jeweils die Treffer notieren. Es wäre aber schön, wenn man das eleganter lösen könnte. Und mit dieser Frage wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen. Fangen wir mit einem ganz einfachen Beispiel an und suchen nach Hause %10. Das gibt uns 2476 Treffer. Wenn ich wissen möchte, wie sich diese Belege auf Singular- und Pluralverwendung verteilen, dann wäre es aufwendig und natürlich sehr fehleranfällig, jeden einzelnen Beleg zu zählen. CQP kann mit dem Befehl COUNT Ergebnisse auszielen. Der COUNT-Befehl hat ein paar Argumente, damit er weiß, was zu tun ist. COUNT will als erstes wissen, welche Abfrage ausgezählt werden soll. Erinnern wir uns, Abfragen werden in Variablen gespeichert und die letzte Abfrage heißt LAST. Das nächste Argument sagt dem COUNT-Befehl, wonach ausgezählt werden soll. In diesem Fall wollen wir die String-Varianten HOUSE und HOUSES nach ihrem Vorkommen im Korpustext auszielen und diese Vorkommen stehen bekanntlich in der Word-Spalte. Also heißt es dann COUNT LAST BY WORD. Die Syntax dieses Befehls klingt also sogar wie ein richtiger Satz. Damit bekommen wir diese Frequenzliste für die Strings HOUSE und HOUSES. Unter Umständen interessiert mich die feine Aufgliederung in Groß- und Kleinschreibung aber nicht, also müsste man das ignorieren können, damit die tatsächlichen Singular- und Pluralformen addiert werden. Und dafür können wir natürlich den %C-Operator einsetzen, und zwar auch hier hinter WORD. So, dann wird die Groß- und Kleinschreibung ignoriert und nur die tatsächlichen Stringfrequenzen werden gezählt. Ein anderes Beispiel. Angenommen, ich möchte eine Frequenzliste von Wörtern, die auf MENT enden, dann suche ich natürlich erstmal nach den Belegen mit Punkt, Sternchen, MENT, %C. Auszählen kann man diese Ergebnisse dann ebenfalls mit COUNT LAST BY WORD PROZENT C. Hier haben wir jetzt ein paar sehr frequente Types, Government und Moment etwa, dann wird es recht schnell weniger. Und diese Frequenzliste ist jetzt auch länger als der Bildschirm hoch, also kann ich hier wieder mit den Pfeiltasten durch die Liste blättern und sie mit Q verlassen. Vielleicht hätten einige von Ihnen bei der Suche nach MENT-Wörtern auch auf die Wortklasse SUBST eingeschränkt, denn es ist natürlich plausibel, dass Verbverwendungen das Bild verzerren, wie etwa hier bei COMMENT. Und ob es tatsächlich Verbverwendungen mit dem Suffix MENT gibt, kann man sehr schnell mit dem COUNT-Befehl überprüfen. Dazu muss ich die Suche eben nach dem CLASS-Attribut auszählen, statt nach dem WORD-Attribut, also COUNT LAST BY CLASS. Ein paar Verben sind also dabei und ob das jetzt alles nur Verbverwendungen für das Lemma COMMENT betrifft, das sehen wir so natürlich nicht. Übrigens, kleiner Exkurs, setzt man %C hinter das CLASS-Attribut, dann ignoriert CQP die Groß- und Kleinschreibung in der CLASS-Spalte. Das macht natürlich keinen Unterschied in dieser Frequenzliste, illustriert aber die Funktionsweise von %C, denn es ignoriert schlicht die Schreibweise in der Spalte, auf die man zugreift. So, jetzt können wir zum Beispiel von ROUND zurückkehren und die Frage nach der Verteilung auf Wortklassen ganz fix beantworten. ROUND %C und dann COUNT LAST BY CLASS. Und in dieser Verteilung hat sich das zumindest der Tagger so gedacht. Zum Schluss sprechen wir noch eine Annotationsebene an, die POS-Spalte mit den Wortklassen-Tags. Und das ist jetzt zum Auszählen kein großes Hexenwerk mehr, also COUNT LAST BY POS. Das liefert für SPNC ein recht ulkiges Ergebnis. Denn hier sind solche Doppeltags, also PRP, AVP oder AJ0, NN1. Das sind sogenannte Ambiguitätstags. Der Tagger war sich nicht sicher, um welche Wortklasse es sich bei dem Token handelt. Und der erste Teil des Tags ist das, was der Tagger für wahrscheinlicher hielt. Nach dem ersten Teil dieses Ambiguitätstags richtet sich dann auch der CLASS-Tag. Also für diese 378 Belege wäre der CLASS-Tag PREP und für diese 186 ADV. Diese Ambiguitätstags sind jetzt also eine Sache, die man bei der Arbeit mit dem BNC immer im Hinterkopf behalten muss. ROUND-Verwendungen mit Ambiguitätstags würden in dieser Abfrage nämlich nicht gefunden werden, sondern nur mit dem Einsatz von regulären Ausdrücken. Suchen Sie zur Übung doch jetzt mal nach ein paar Verben, zum Beispiel Dilemmas BE oder SING und schauen Sie sich an, auf welche Wortformen Sie sich so verteilen, wie viele Belege des Strings HOUSE als Verb verwendet werden oder ob die Strings DAY und NIGHT nur als Substantive verwendet werden. Und falls Sie eine besondere Herausforderung suchen, dann rechnen Sie mal den Anteil der Tokens im BNC Baby aus, die mit Ambiguitätstags versehen sind. Das ist eine besondere Herausforderung.